also sehr erst willkommen zurück zu Let's Play, nein Spaß, es ist mein Let's Show, Nostel, Takastra Raid, sind wir heute endlich dabei und ja, nach zwei Wochen wieder, weil letzte Woche war Party, Party Time, wie gesagt und ja, David Six, Woody, yeah, so und wir haben schon das Team zusammen und irgendwie hat sie gerade DC, die wo eigentlich noch mitmachen wollte, aber gut, setzen wir den Teamstein ein. Und legen los, legen los, legen wir los, aber ich muss noch Schattenressi rein schrubben, legen wir los, legen wir los, legen wir jetzt los, legen wir jetzt los, da, Kastra Raid, geht ab, meine Freunde. So, warte, jetzt muss ich immer noch mal schnell was. Nö. Tak. Fußriding. Oh, sie hat DC. Stehen, Hen, goin, Hm, Hm, mh. Na? Na, wo, das ist mal jetzt. So, da kastra rät hat auch seine richtigen sollten beim entgegner ich finde es immer witzig was ist da ding sein der erste mal welche wand ist ja aber der letzte durch mitgemacht war sport ja gut kommt darauf an wer damit macht man kann die fischer gesendt ja das ist der punkt und trinken aber flüstert mich daran ist mir scheißegal ich mache hier jetzt play let's show kastra rät okay geht eigentlich auch recht fix der geht es schon viel zu schnell pokémon züchter oh mein gott ist es ein cooler name ich glaube ich wäre es hier echt ja ist besser ja hätte ich vielleicht auch machen so wo es bei schatten ist aber egal jetzt kann es auch machen ist doch egal ich habe ja gesagt ist ja ja die meisten sagen zwar kursi oder überhaupt nicht sp aber darauf scheißen schon ein paar wo die ist ja wir echt an licht sps an leute sind rückt mein gott nur weil das ein schatten red ist es ist ein lichter sps anziehen es ist ja echt krank guck dir das an würde da unten hat krieger an und ich bin ja es ist ja gar nicht auf diese blöden regeln die regel leute sie dass wir an die ihr wollten so können scheiß nicht dass wir anziehen also wo die wirst du ich bin da oben da wischt wo ich glaube ich noch auch ich mache auch wer sie hat hier seine vorteile und bei uns nicht braucht man Eltern schaffen ja kann ich auch gleich anziehen den jahrtauschen schock genug sind können doch wer sie sehen ja 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 pokémon züchter pokémon züchter jüngster die nummer eins in den trennen schützt die haben wir da aus na wenn man geht auch ist doch besetzt nur drei circa drei minuten das ist schon hin und zappbar töten killen kaputt machen was eifel hieß der eifel yeti eier das macht der macht er halt den kielte eifel yeti schon zu morgen die eisgübe sonnlich ich habe die daraus ist jemand zum verwalter gemacht ach so das war doch scheiße naja gut aber ist ja egal das wird die nicht merken sicher nicht warum ich damit geht ja mal ist das steht ja hier ja gut ja gut ja gut mir egal das war ein paar wehre die geht es eigentlich ich weiß ich habe halt ich habe scheiße gemacht du weißt du bei den familienmanagement kann man kann man machen dass man nur die angezeigt werden die wo online sind ja und das habe ich gemacht und was dann und ich noch nicht auf dich gedrückt und dann ist das auch lächerlich weil die an zweiter Stelle steht das ist voll bekloppt gemacht oder ja man muss man damit nahm eingeben oder nein Quatsch ich als Vertreter kann da einfach auf deinen namen gehen dann steht er da was ich was ich dich machen will verwalter oder mitgliedern so geht es stimmt so funktionierst du dann habe ich nett gemacht ich habe auf dich gedrückt aber ich habe als guck dir das an familie management online die wo online sind dann drücke ich auf dich und dann war ice cube wartet kurz die steht an zweiter stelle ja und das standest du halt gestern bei den online an angezeigten ja wo es ist voll bescheuert und er macht es ist scheiße das müssen wir noch ausbessern los tut es das verwirrt wer hebelt auch nicht schon wieder wie schon wieder so eine scheiße wie beim generator dürfen wir ewigkeiten warten wieso nennt die mich jetzt schon wieder schatz ich krieg die krise egal einfach nicht antworten es hebelt keiner sollte man aber doch da unten ist ein echt so mal hin und machen ich sollte mal mein ton lauter machen abfährt entzug schreibt jetzt schon wieder ja schreibt komm bin 43 sich später ich gebe dir gleich so eine haben wir es jetzt endlich einen hat er geschafft jetzt fehlen nur noch vier okay warum hat er keiner gehebelt das ist echt dasselbe bullshit wie bei genie ein genie ist aber noch leicht ja trotzdem hat keiner gehebeln scheiße das ist doch egal das sollte man immer besser tun naja gut wir haben zeit wir haben zeit er findet keinen neuen kann man hier pvp machen ein paar jahre so ein scherz was kriegt er das überhaupt ein bisschen zeit vertreiben ja und dann bist du nein ja aber dann bist du ein scherz nein quatsch zu von meinen herzen abgezogen ja das sind außerdem unser aller herzen trotzdem auch hier noch zwei wo er ist gut ist es gut zu sagen sie sind gerade zwei steifel JT und die Lili die Lili nur noch einer oh je das war schlecht was war das überhaupt Messer Messer mit sieberten töten n na alle 5 wir haben es gleich stehen die jetzt da rum keine ahne wir stehen ja auch nur rum ich meine die da zwei unten sollen kommen die müssen noch hebeln ja einer zumindest mal den letzten wäre vielleicht gar nicht schlecht das wäre echt nicht schlecht und der ist ja stimmt echt so warum machen das da unten der ist doch da oben irgendwo jetzt hör auf mich anzuschreiben alter ne einfach nicht antworten ist mir jetzt vollkommen egal das ist vollkommen egal Leute das ist uninteressant was äh wer tankt jetzt na mach ich du kannst es nicht natürlich kann ich das muss nur die Viecher da unten tanken du denn nicht die da unten die da oben was da oben ach so die hier ja das muss irgendjemand machen holen nur sollte haben sie es m 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 Lili und immer die und die Muslo wir geben auch ein Buch zu tun die Mungo ich bleibe der Schwule sagt und jetzt und gilt für sich der Nürnberg und Prozent 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 Blattern die Schule soll und keine Ahnung bleibt der da Kostromo und mehr über die Kloppen ich kann jetzt mal aufhören mein Gott zu schwer zum kapieren Alter jetzt schreibt es mit Großbuchstaben will die mich verarschen jetzt werde ich in Skype angeschrieben ok jetzt ist es bestimmt da ist er doch ja töten los ja ich schaue auf ihn ja ich habe nicht mehr gesagt du ich sage das an alle Leute die mitmachen auch wenn sie nicht hören Aua zu schocken dass sie drinnen ja klar und die jetzt bin ich nicht mehr auf die Blöden Nachrichten ein ein ja da war schneller als letztes ja ich bin drauf neun an der der dort müssen länger als zu den das ist die ich meine letzten mal wo man mit ich habe von noch was so 2 bei völlig bananen kann man es machen landen mitgemacht ich war glaube ich gar nicht dabei zu wenigen müssen fast gestorben null leben dann hat man es gerade noch so geschaffen das wird so blöd angestellt die haben sich richtig blöd angestellt keiner hat die viecher hier oben getränkt die schon sagt ihr macht alle angegriffen ich habe ruf bekommen ich auch jetzt gedacht sonst gibt's money money das ist noch 5 K ich bin für die erste 5 Kurs richten beim Spiegel kommen und 10 mannst lecker und haben nie gemacht die werden wir auch bald erzählen jetzt gleich demnächst ja jetzt leuchten nach diesem Video wenn wir auch den Slate die Zolle kommen wir auch gar keine Boxen so das war meine freunde mit der kastele bis zum nächsten mal moment ich weiß nicht nur die tastenkombination deswegen mache ich einfach so